Schicht, genau. Ihr müsst jetzt raten, wer aus welchem Land kommt. An zweiter Stelle haben wir die Sarah Hundertenmark. Und danach wäre uns der Obik Naga Petyan. Dann die Christina Licht. Dann haben wir eine kleine Pause. Der Bar sagt Ihnen, ich bedanke mich, nach vielen Teilnehmern kann es durchaus mal sein, dass ihr euch nicht erfrischen müsst. Also da habt ihr 10 Minuten, seit ein Wielchen zu holen, euch damit zu laden. Weiter geht's dann mit der Anna Litminenko. Den Peter Westhoff. Und abschließend wird das Ganze die zweite Olga des heutigen Abends, nämlich die Olga Brilliora. Eventuell eine Menge, meine Aufprache bitte ich zu entschuldigen. Ich habe Romanische Sprachen studiert, das ist sehr weit entfernt. Von daher ist es für mich auch ein ganz besonderes Abenteuer. Ich würde sagen, wir können direkt anfangen, gehen in Medias Res. Und wie eben angesprochen, die erste Teilnehmerin. Sie kommt aus Moskau, hat an einer Universität studiert, dessen Abkürzung ich nicht ganz nachvollziehen kann. Dazu kann sie mir gleich noch was sagen. Sie ist dort tätig am Moskau-Starting-Institut für internationale Beziehungen. Hat eben diese studiert, so wie Politikwissenschaften, hat ihren Master und auch ihren PhD. Ist heute Dozentin. Und ich bitte um einen ganz, ganz dicken Applaus für die erste Teilnehmerin, die Olga. Es tut mir. Ganz kurz, ich habe Ihnen gesagt, jeder von den Teilnehmern schickt mir natürlich eine kleine Frage boge ein und ich ein bisschen weiß, wo es geht. Du hast studiert an der Universität, mit der Abkürzung, die du auch geschrieben hast, ich nenne es auch Deutsch, M-G-I-M-O. Wo besteht das? Das ist Moskau-Starting-Institut für internationale Beziehungen, Universität. M-G-I-M-O, Universität, sag ich nicht. Den möchte ich nicht wieder sprechen. Es ist Zeit für euch, den Kopfhörer aufzusetzen. Kanal 1 läuft auf Deutsch, wenn ihr das Deutsche nicht, sondern das Russisch gemächtigt seid. Also Kanal 2. Bitte. Vor den Gebeten, Russisch zu sprechen, deswegen spreche ich Russisch. So. Das ist auch nicht so gut. Ich freue mich auch, die Dolmütterin. Allerdings würde es so sein, dass die Olga auf Russisch befreien wird. Ihr Thema, das heute Abend lautet, Außenpolitische Ressourcen Russlands und der EU im Neuen Osteuropa. Wie jeder Teilnehmer hat auch Olga jetzt 10 Minuten Zeit, euch darzustellen, wie sie forscht und was sie erforscht. Danke. Wie viele, wahrscheinlich, wissen Sie, ich arbeite mit dem, was alle beschäftigen. Und das ist nicht so, dass es 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 nicht so. Ich stelle Deutsch und politische Ressourcen Russlands zu sehen. Ich möchte auch ein Thema überhörterliche Ressourcen Russlands und die EU-Novelle Ausbrüte aus heute. Ich möchte gerade aus dem, was eine Nouvelle Ausbrüte aus. Und das ist auch ein Teil des heutigen Ressourcen Russlands und die EU-Soft-Unterieur der EU-Novellematschoten. Das ist ein Teil zwischen Russland und dem Europa, der Lösung mental wird, nun auf einen Start-up-Unterieur der Welt und der EU-Novellosen Welt. Wie Sie hier sehen, in diesem Moment mit dem Russland und dem Europäischen Sоюz sind nur drei Mitgliedstaaten – das Ukraine, Belarus und Moldova. Diese drei Mitgliedstaaten wurden als zwei größte Mitgliedstaaten – der Russland und der Europäischen Sоюz. Und, sagen wir, mit solchen Mitgliedstaaten, kann man leicht und успешно entwickeln, dass sie eine Zonung der Zukunft ist. Aber das, увы, nicht passiert. Die Mitgliedstaaten sind zwischen Russland und dem Europäischen Sоюz. Und jeder zwischen Russland oder dem Europäischen Sоюz insofern вызывает eine negative Reaktion von Russland oder dem Europäischen Sоюz, also von der zweite Mitgliedstaaten, der zweite Mitgliedstaaten. Das ist eine Zona, die Zona, возможно, Zona просветания, sie nicht erstell ist, nur noch mehr Konflikt und die Zona zu entstehen. Например, in Ukraine in 2004 die Zona Reaktion und die Zona Reaktion und die Zona Reaktion diese Zona Reaktion und die Zona Reaktion nur die Zona Reaktion und die Zona Reaktion in der Zona Reaktion und die Zona Reaktion in der Zona Reaktion im Jahr der Zona Reaktion der Konflikt der Zona Reaktion aber selbstverständlich von Russland oder Europäischen Sоюz zu erzielen den Konflikt nicht mehr seit Jahren nachdem die Zona Reaktion von der Zona Reaktion und die Zona Reaktion von 2009 hier nicht und die Zona Reaktion sind alle Das Problem ist, wenn wir nicht so gut sind. Nur mit dem Ausstattung des Ökonomischen Krisenskrisis umhützelt sich die Veränderung, sogar mit der Russland und der Russland. Mit dem Europäischen Sоюen wird es viel schwieriger. Der Europäischen Sоюen wird immer noch aufgewandert auf die Ausstattung auf die Demokratie in dieser Lande. Und hier ist eine logische Frage. Es ist eine Frage. Es ist eine Frage. Es ist eine Frage. Hier ist ein Wunder. Hier ist ein Wunder. Der Wunder ist die Frage, die wir uns nicht haben. Wir müssen uns nicht die Russland oder der Europäische Union. Ich habe, wie bei einer der Mitgliedstaaten der Mitgliedstaaten, den Mitgliedstaaten, der Mitgliedstaaten, wie wir uns die Konflikt verhindern. Und wenn es die Zöne tröchstoronнего сотрудничества ist, dann ist es, dass sie tröchstoronнего сотрудничества, wahrscheinlich, es ist, dass es in Konflikten ist. Und für diese Aufgabe, ich habe mich auf den внешнепolitischen Ressursen gebracht. Das ist sehr großartig. Deshalb habe ich die Ressursen in drei Gruppen. Das sind die Ressursen. Das sind die Ressursen. Das sind die Ressursen. Ich habe die Ressursen in die Ressursen gesucht, die in die Ressursen existiert haben, und die Europäische Ressursen sind, und die in die Ressursen sind, und die in die Ressursen sind. Und das sind die Ressursen, die in die Ressursen sind, zu kommunizieren. Und was passiert? Das ist die Ressursen. 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 Und das ist die Ressursen. 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 Das ist die Ressursen – Mord Cro port. Das ist die Ressursen. AberIREайн ist bereits roadmap Connor «er Picture» Dann wird es zur plaisgalt wäre. Klar, was auch denn da är korrig erfüllt. Es ist ein dröchstörniger Projekt von modernisieren. Modernisieren müssen Russland, 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 Russland und Moldowland. Der Europäische Sоюз weiß, wie wir ihn auszureißen können. In ein paar sferien, vielleicht sogar auch von Russland, 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 Russland und Russland und Russland, haben sich die neue Varianten des Weiterentum. Следующий вариант трехстороннего сотрудничества в сфере транзит-энергоресурсов. И, наверное, после кризиса 2009 года всем очевидно, что необходим хотя бы совместный контроль над транзитом-энергоресурсов. И последний вариант – это спорт. Здесь я написала коротко спорт, но имела в виду различные международные спортивные организации. И привожу в качестве примера наиболее действенные с моей точки зрения. Это континентальная хоккейная лига и единая баскетбольная лига ВТВ. Почему именно эти две лиги? Потому что, во-первых, они уже существуют. Во-вторых, в них участвуют команды из Европейского Союза, из России и государств общего соседства. Как в той, так и в другой. И это массовые виды спорта. В России хоккей очень популярен. Он очень популярен в государствах Европейского Союза, например, в Чехии. Он очень популярен в Латвии, в Беларуси. Таким образом, для участников, то есть я имею в виду здесь уже Россию, Украину, Беларусь, Молдову и Европейский Союз, им даже не требуются никакие финансовые вложения для того, чтобы наладить эту зону двустороннего сотрудничества. Наверное, то, что можно сделать, это упростить визовый режим для спортсменов, а может быть даже для болельщиков. Спасибо за внимание. Надеюсь, было не очень втомительно.